Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es den ersten Teil der Woche, im zweiten Video gibt es den zweiten Teil der Trainingswoche. Es werden nochmal einige Trainingsstunden zusammenkommen. Heute ist Dienstag, gestern war lediglich Krafttraining und Seilzugtraining auf dem Plan. Also kaum Training, eine Stunde. Und ich habe mich dermaßen beschissen gefühlt. Ich habe zweimal geschlafen, tagsüber. Aber ich war vom Samstag und vom Sonntag, von der ganzen letzten Trainingswoche einfach echt richtig, richtig fies paniert. Recht schön war es. So, heute früh ging es mir direkt ein bisschen besser. Hier direkt neben mir steht das Zeitrad. Das ist jetzt in letzter Zeit, fast die ganze Zeit auf der Rolle, eingespannt. Habe 60 Minuten nüchtern gemacht, dann gefrühstückt. Dann am Gegenmittag bin ich 8 Kilometer gelaufen. 3,59 war die Pace, war der Held nach wie vor. Genau, und dann ging es um 15 Uhr, also jetzt gerade eben, weiter mit Physio. Haben wir eine halbe Stunde am Fleisch gearbeitet, sage ich mal. Und dann noch eine halbe Stunde wirklich sehr intensives Krafttraining gemacht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich muss später nochmal Rad fahren. Ich glaube, ich kann die Bremse nicht bedienen. Wir tun so die Hände weh. Einfach nur vom Gewichte festhalten. Wir haben Romanian Deadlift, Single Leg, Romanian Deadlift, Split Squats gemacht. Ja, ich muss halt so ein 32 Kilo, weil Kettlebell in der Hand halten. Und ich muss sagen, da kam ich schon sehr an meine Grenzen. Ich spüre es halt auch, mittlerweile sind echt irgendwie 8 bis 10 Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal im Kraftraum mit langen Handeln irgendwie was machen konnten. Und da merke ich, dass auch einfach so die Haltemuskulatur ein bisschen fehlt. Ja, der letzte Tagesordnungspunkt für heute, den Dienstag, sind dann nochmal 60 Minuten auf dem Rad und mit einigen Sprints eingebaut. Ich glaube, insgesamt sind es 8 oder 10, jeweils so 10 Sekunden. Also einmal voll rein in Subben, wie man in Franken sagen würde. Und dann war es das für heute. So, bin ich mal gespannt, was das noch wird. Uiuiuiuiui. Los geht's. Die Radfahrt ist erledigt. Das war das letzte To-Do für heute. Und ich bin mit dem Tag eigentlich wirklich ganz zufrieden. Und ich muss sagen, ich hatte sogar nochmal ein bisschen explosivere Beine, als ich gedacht habe. Maximalleistung hatte ich. Muss ich ganz kurz hier bei Training Peaks reinschauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, 5 Sekunden Leistung, 9 oder 30 Watt. Das ist die Nummer 2 für dieses Jahr. Und maximal 1015 Watt. Was bin ich denn dann dieses Jahr? Was ist denn das Beste, was ich gefahren bin? Das muss ich jetzt auch mal gucken. Uiuiui. Einmal 5 Sekunden Bestleistung von mir letztes Jahr im März. 1023 Watt. Naja, da war ich heute auf Platz 5 mit. Ne, stimmt gar nicht. Auf Platz 9. 39 Watt. Also gut, ich nehme alles zurück, was die Explosivität angeht von vorhin. Aber es war trotzdem okay. Ja, so täuscht man sich manchmal. Mal gucken, wie es morgen weitergeht. In der Früh relativ langsam, 90 Minuten auf der Rolle. Nüchtern. Kleinen Espresso davor. Oder einen großen Espresso davor. Und abends gibt es dann Tempoläufe. Das heißt, wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Peace. Guten Morgen. Es sind die letzten 25 Sekunden von 90 Minuten auf der Rolle. Und ja, ich bin heute um kurz vor 7 losgefahren. Jetzt ist es halb neun. Draußen ist noch angenehm kühl. Bisschen frische Luft kommt. Durch die Balkontür rein. Kurz habe ich überlegt, eineinhalb Stunden hätte ich auch einfach draußen fahren können. Aber, ja, habe ich nicht. Dann war die Rolle schon gestartet. Und dann schauen wir jetzt noch mal ganz kurz, was das jetzt hier alles im Schnitt war. Power Distribution. 206 Watt im Schnitt. 136er Herzfrequenz. Ja, damit bin ich zufrieden. Schauen wir mal, wie das Wetter heute ist. Wenn ich nachmittags die Radintervalle fahre, könnte ich eventuell abends noch eine Runde im Kanal einbauen. Aber das werde ich dann ganz spontan entscheiden. Mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, die Regentage dürfen den Kanal noch mal ein bisschen abgekühlt haben. Aber letzte Woche ging es eigentlich echt schon recht angenehm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit Schwimmbädern und so. Das ist bei uns auch immer noch nicht möglich zu schwimmen. Aber ich glaube, da ist es in ganz Deutschland ziemlich ähnlich. Von daher müssen wir uns da vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber zumindest hatte ich jetzt das Gefühl, dass es durch die paar Schwimm-Sessions, die ich gemacht habe, waren wirklich nicht viel. Aber schon so langsam wieder ein bisschen besser sich anfühlt. So, jetzt auffrühstücken. So, kleine Planänderung, weil ich die letzten 200 Intervalle alle auf der Rolle gefahren bin. Und ich muss sagen, ich hänge heute ein bisschen durch. Habe ich mir ein grünes Licht vom Coach geholt und werde die Intervalle jetzt am Berg fahren. Das heißt, ungefähr eine halbe Stunde dahin. Sechs mal fünf Minuten bergan, zweieinhalb Minuten runter. Das müsste ziemlich genau hinhauen. Dann kurz, wenn das alles geschafft ist, sechs Minuten easy, 20 Minuten sweet spot. Und dann war es das gewesen. Dann bin ich wieder hier, bin fertig. Und ja, heute früh auf der Rolle gewesen, gestern auf der Rolle gewesen. Und es wird hart jetzt. Von daher, glaube ich, hilft die zusätzliche Motivation, das draußen machen zu können, schon weiter. Das heißt, umziehen und dann nehme ich euch mit auf die Strecke. Okie dokie. Also, ich muss sagen, das hat echt jetzt Freude bereitet, Intervalle mal wieder draußen zu fahren. Herrliches Wetter war es noch dazu. Und ja, die meisten Zahlen habt ihr schon eingeblendet gesehen, jetzt in den letzten paar Sekunden hier im Video. So, bevor ich jetzt dann aber endlich mich aus dem Trikot hier schäle, sagt man schäle, ja, ihr wisst, was ich meine, und unter die Dusche springe, ganz kurz nochmal ein Review über das Training. Also, was war angesagt, 6x5 Minuten plus 20 Minuten Sweet Spot. Und, ähm, ich bin mir, oh jetzt, wie ging es mir, wie ging es mir, stark, gefühlte Anstrengung. Anstrengung, 8, 10, wer voll für Ausgabe, ja, 8 Kommentaren hinzufügen, äh, das war mega Beitrag. Ähm, und, 5 Minuten Leistung, all time high, 392 Watt, die 400 Watt werden auch noch irgendwann fallen. Und, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht. Große Freude. Das war der Mittwoch, morgens Donnerstag, morgen zweieinhalb Stunden, Radfahren in der Früh, abends 10 Kilometer laufen, und dann kommt der Freitag. Weitere Neuigkeiten des Tages sind, dass, äh, leider auch der Bamberg Triathlon abgesagt werden musste. Am 13. September hätte da eigentlich stattfinden sollen. Ähm, es ist schade, aber ich glaube, es ist auch, ja, eigentlich schon eine gute Entscheidung. Man hätte keine, ähm, also die ganzen Sportler hätten direkt, äh, nach dem Ziel, nachdem sie ins Ziel gekommen sind, daheim gehen müssen. Also man hätte sich gar nicht da aufhalten dürfen, man darf keine Getränkestationen machen, und, und, und. Ähm, ich bin noch gespannt, wie all diese Sachen gehandhabt werden bei diversen Ironman-Rennen, die jetzt eigentlich alle noch, ähm, im Rennkalender, ja, zumindest stehen. Äh, ja, da, ich bin gespannt. Na, soviel dazu. Morgen geht's weiter, bis denn. Also erstmal guten Morgen. Jetzt wollte ich eigentlich, äh, berichten, dass ich jetzt zweieinhalb Stunden rausgehe, aufs Rad. Fängt's gerade an zu regnen. Ich glaube, ich lass mir beim Espresso Zeit. Espresso ist getrunken. Es hat aufgehört zu regnen draußen. Auf dem Plan sind zweieinhalb Stunden. Ich hatte jetzt ein Espresso, wie ich die letzten drei Tage auch in der Früh, da ich jetzt drei Tage hintereinander auch, äh, nüchtern gefahren bin. Und, diesmal ist es ein bisschen länger. Hab ich gerade gesagt, dass es zweieinhalb Stunden sind? Bin ein bisschen K.O. von gestern. Ja, und dann werde ich, ähm, im Laufe des Tages noch zehn Kilometer laufen. Und ein spektakulärer Tag heute. Gestern war es ein bisschen spektakulär. Also, man muss sagen, ein Amerikaner ist ein blödes Gebäck, um es auf dem Rennrad mitzunehmen, weil rund passt überhaupt nicht satte Taschen. Man kann ihn zwar zusammendrücken, wie sonst was, aber dann ist es nicht mehr schön. Und das nur als Kleintipp von mir heute. Oh, lecker mio. Das ist eine ganz, ganz zäh Nummer heute. Ganz zäh. Uiuiui. Das war's. Der Blog, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ist beendet. War noch mal ein guter Lauf. Moment, wo ich muss mir die Runden anschauen. Zehn Kilometer insgesamt. Und Moment, hier ist es. Die letzten Kilometer waren dann, äh, ach, die ersten fünf Kilometer waren im Wald. Die waren ein bisschen langsamer. Und dann 3,53, 45, 46, 38 und 30. Also, damit bin ich sehr zufrieden. Morgen, der Freitag, wird etwas ruhiger. Und jetzt am Abend schaue ich mir noch an, äh, was die anderen trainieren. Treffen wir uns jetzt das erste Mal wieder zu fünft im Stadtpark, um da Tempoläufe zu machen. Und, ja, morgen ist eher ruhig. Schwimmen und Krafttraining. Und dann geht's, äh, Samstag, Sonntag nochmal zur Sache. Davon werde ich auf jeden Fall wieder berichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.